Fünf Fakten über Narzissen. Erster Fakt, ein vulnerabler Narzissmus hatte im DSM-5 und auch im ICD so gut wie gar keinen Platz. Ja, die offiziellen Diagnose-Kriterien kennen ausschließlich einen grandiosen Narzissen. Und ich möchte sagen, dass das Konzept, dass Narzissen in Wahrheit in sich ganz selbst unsicher wären, absolut nicht gesichert ist und gerade heutzutage wieder höchst umstritten. Ja, es gibt auch Meinungen, die sagen, Narzissen sind tiefgreifend wirklich von sich selber überzeugt und deswegen sollten wir nicht glauben, dass die meisten Narzissen, denen wir begegnen, wirklich in Wahrheit selbst unsicher wären und uns nur etwas vorspielen würden. Fakt Nummer zwei. Ja, Narzissen, so heißt es in den Diagnose-Kriterien des DSM-5, sind nicht willens, Empathie für andere Menschen aufzubringen. Wir wissen allerdings mit ziemlicher Sicherheit, dass Narzissen tatsächlich zur Empathie fähig sind. Nicht fähig bzw. wirkliche Probleme mit Empathie haben zum Beispiel Autisten. Narzissen hingegen sind schlicht und ergreifend nicht willens, sich in den Gegenüber einzufühlen. Fakt Nummer drei. Es ist ein Mythos, dass Narzissen beruflich immer außerordentlich erfolgreich wären. Ja, viele Narzissen schaffen es, sich beruflich wirklich durchzusetzen und relativ weit nach oben zu kommen. Ja, wir denken hier an den narzisstischen Manager. Aber das ist nicht immer so und es ist vielleicht noch nicht einmal die Regel, denn da Narzissen sich ständig selbst überschätzen und glauben, alles, was sie machen, wäre die Crème de la Crème, machen sie Fehler und glauben trotzdem, es wäre richtig und geraten somit natürlich auf der Karriereleiter häufig an Grenzen, sind auch unfähig, ihre eigenen Fehler zu reflektieren und somit in diesen Bereichen über sich hinaus zu wachsen. Ja, meine Lieben, eine Dose Erbsensuppe zu kochen macht noch keinen Sternekoch, aber ein Narzisst, der sich als Koch bewirbt, aber nicht kochen kann, dies selbst aber nicht einsehen will, wird es auf der Karriereleiter nicht weit bringen. Fakt Nummer vier. Narzissen haben einen geringen Leidensdruck. Tatsächlich ist es so, dass wir aus Untersuchungen wissen, dass Narzissmus, so hart das klingen mag, mit einer erhöhten Lebensqualität einhergeht. Es ist aber wichtig festzuhalten, dass dies in aller Regel nur für die erste Lebenshälfte zutrifft. In der zweiten Lebenshälfte wird Narzissen, ja, durch den normalen Alterungsprozess, häufig ein Großteil der Möglichkeit zur narzisstischen Selbstbefriedigung entzogen. Es gibt auch weniger Möglichkeiten, narzisstische Befriedigung aus der Umwelt zu ziehen. Und hier haben Narzissen einen großen Nachteil, werden häufig sehr depressiv. Wir denken an unsere Großeltern, die glücklich darüber werden, dass, ja, ihre Enkel etwas haben, dass ihre Enkel glücklich sind, glücklich sein, weil andere es sind. Aber gerade Narzissen fehlt diese Eigenschaft und somit, da sie selber weniger werden, selber immer mehr an Kraft und Graniosität einbußen, Durch den normalen Alterungsprozess haben sie häufig nichts mehr und werden deshalb in der zweiten Lebenshälfte schwer depressiv. Dies ist die Phase, in der Narzissen häufig einen Therapeuten aufsuchen. Ja, meine Lieben, und da sollten wir keinen Groll hegen, da sollten wir nicht böse sein, sondern auch diese Menschen mit Narzissmus tatsächlich als Menschen wahrnehmen und ihnen auf eine menschliche Art und Weise begegnen und weiterhelfen. Fakt Nummer 5. Meine Lieben, Narzissmus in Form einer pathologischen Persönlichkeitsstörung ist in unserer Gesellschaft noch sehr, sehr selten. Ja, noch immer und zwar um die 1%. Die häufigsten Diagnosen werden tatsächlich von Laien vorgenommen an anderen, an Menschen, die ihnen unsympathisch sind. Wir wissen aber mit Sicherheit, dass narzisstische Eigenschaften zu haben nicht immer gleich pathologisch ist. Ja, es gibt auch einen gesunden Narzissmus, den Menschen brauchen, um zu überleben. Ja, natürlich, und der uns auch dabei hilft, gesunde und dauerhafte Sozialbeziehungen aufrecht zu erhalten, weil wir zum Beispiel selber einen guten Selbstwert haben. Deswegen ist es wichtig zu unterscheiden zwischen einer pathologischen Form von Narzissmus in Form einer ausgewachsenen Persönlichkeitsstörung oder einfach nur ein paar narzisstischen Eigenschaften. Aber nochmal, wirklich pathologischer Narzissmus, narzisstische Persönlichkeitsstörungen sind in unserer Gesellschaft sehr, sehr selten, um die 1%. Deswegen sollten wir nicht den Fehler machen, in jedem und in allem einen Narzissen zu sehen.